Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sag doch mal. Ja, wir werden nicht allein sein. Ich brauche meine Ruhe, meinen eigenen Platz zum Arbeiten. Das ist die Nichte einer Arbeitskollegin meiner Mutter. Nadja. Haben Sie nicht mit? Nein, wirklich. Die Arbeit lässt es nicht zu. Schade. So ein Arschloch. Ich bin so ein Arschloch. Ich habe ein Buch geschrieben, beziehungsweise das ist ein Manuskript. Der Verleger findet es scheiße. Der kommt morgen vorbei, um es mir in die Ohren zu hauen. Darf ich es mal lesen? Auf keinen Fall. Also ich verstehe mich nicht falsch, aber eine falsche Bemerkung, ein blöder Kommentar. Schon gut. Ich habe es verstanden. Verdammte Scheiße, die spinnen doch. Nadjas Stecher ist Bademeister. Echt jetzt? Das ist so, wie das der der letzte Nacht bei ihr war. Riecht mal. Na, schon fertig mit der Arbeit? Die ist ja nett, die Nadja. Ja. Das macht sich Sorgen. Worüber macht die sich dann Sorgen? Wegen der Waldbrände. Das Asche! Das Asche! Wir kriegen das Feuer nicht unter Kontrolle. Felix meinte, dass heute Nacht das Meer leuchtet. Hast du es schon mal gesehen? Ja! 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 Verdammend. Das war's. Die Sonne war's. Untertitelung des ZDF, 2020